ok passt ja ich mache jetzt mechanik und nehme aber keinen ein satellitentelefon mit ok ich nehme meine seilrutschesicherheit wir brauchen auf jeden fall satellitentelefone vor dem mäuerle also es sei denn wir können gleich das dach erobern dann sieht anders aus ok nämlich mit floppy warte halt ich weiß jetzt noch nicht welche mauer du meinst ja da wollen wir es gerade im sinn hier sollten wir gleich spornbarken hinsetzen ich gehe gleich aufs dachhof ich mache rückwand macht einer noch gerade scharf oder zwei die garage gleich ich mache garagen noch scharf deck die rückwand die ist jetzt schon ziemlich weit ja ich habe nichts hier oben ist offen die garage geht auch gleich auf ich versuche jetzt A zu covern den hubschauer am landeplatz die garage ist auch offen oh was war das die Seite ist auch offen down wo ich wurde am ausgang hinten vom tresor wo war das weil ich den nicht mehr durch bin wo die zum landeplatz ja den habe ich am landeplatz muss ich sauber sein steck den landeplatz nein die zum landeplatz runter bin da bin da bin da abdecken mit der sniper muss sauber sein die haben auch eine spornbarke und zwar auf dem hügel oder hinter ihrem hügel da bei c wir müssten die fast weggasen würde ich mal sagen dann ja ich sporn bei dir wer ist schon gerade an der tasche ja die muss ich mitnehmen hab spornbarken hier oben gesetzt auf der hauptstraße die gehen wir gehen haupt haupteingang vom gebäude da geht einer ich gas jetzt noch ein bisschen zu ok wo ist das paket unterwegs waaah ne da war schon einer auf dem paket ich hab zu willst ja er hat mich auch er hat ihn nicht erwischt wo schießt denn die raus aus der base mhm ne der war hinten an der smlkw meine spawnbarke ist weg ja die spawnen bei dir wow 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 oh geh in den decken der schießt direkt von grad außen warte noch warte 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 mit dem paket warte warte das ist nicht sauber du bist der eine da sind drei feinde gerade du bist der einzige fach da irgendwo eine spawnbarke verstecken ja bleib du da auf jeden fall daniel ich spawn bei dir ja muss grad von ganz hinten rauslaufen jetzt ich mach mal die ab der hauptstraße sauber ok ne doch nicht wir wissen die zurückdrängen äh hinter ihre mauer dann haben wir ne chance ich muss ja spawnen, bin down ja wenn du spawnen es kommt einer rein von der mitte wo liegt ein ab geht einer geht grad auf hoch aufs dach der mit seiner hca schießt immer hinter der wand raus m82 nee die wollen wir doch gar nicht wer hat die einer unten drin dich holt hab mich down hast du den mit der hca boah einer mit einer m82 aufs dach ah das ist aber kacke weg schau mal ich hab keine chance ich schau genau gegen so'n scheiß scheinwerfer und der schießt da hier ständig mit seiner hca era der meyoke 117 da bei dem einer weg snipen mal genau bei dir die lasermine habe ich ausgeschaltet ah jetzt bin ich hier wieder ganz hinten zum spawnen nein den kriegst du Heilung bin wieder im spiel der hca ist tot sind jetzt ein bisschen gefrustet floppy oder was m82 aufm dach aufm dach ich geh aufs dach bin gerade auf der treppe rauf ich seh nix hier ne der steht hinten irgendwo auf der straße hat mich schon wieder mit der m82 weggeholten oh man hab ihn hab ihn sniper ist weg okay keine ahnung wo er ist hat mich auch gegriffen ich hab ihn weggegriffen okay der heli geht weg nach auf b jetzt schnell besser ich hab den sniper weggeraum ne der spawnpunkt hat sie verschoben auf die hauptstraße auf die hauptstraße hier ins paket unser mann hat das paket helft ihm ich bleib am dach ich bleib am dach jetzt erhobe ja willst du ihn sag mir gleich mal einen auf der straße habt ihr den fahr deine denkt er nicht das ist kreative egal das macht mich jetzt auch nicht nervös oder nicht knatschig floppi spielst du nach wie vor sniper den links von den abgabepunkt kann aber nicht spawnen nein das paket liegt direkt am abgabepunkt wer ist denn bloß der dritte den band hab ich weggehauen geh grad auf mich halt mach du am dach irgendwo save dir eine base das bringt uns nix ich nehm jetzt auch noch einen sniper ich glaube die schießen immer hinten von der mauer raus und ich krieg die da nicht mit meiner SG weil ich nicht so präzise bin weißt du der mit seiner harz herher ja bei einem spawnbecken auf dem dach ja bei einem spawnbecken auf dem dach super danke dir ah shit die sind hinter dem stein da hab ein spawn ändert sich oder kann das sein ja jetzt gehts runter bleib da bleib da hab zwei ja der ist parkiert genau geh du weiter ach ne ist ja wieder c scheiße ich dachte es geht zum helipad runter und ich wär schon geil gewesen ja zwei ich bin festgenau habt ihr das paket verloren oder was ne habts oder super auf c ist ich dachte es geht runter zum helipad das wär gut gewesen da liegt da da wartet einer ja ja genau der meine ich einer ist noch da der ist irgendwie dann abseits gelaufen hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn hab mich jetzt mach das ding klar kommt jungs was wir haben noch 14 kills nur noch vorsicht jetzt nein abgegeben super sauber boah gewonnen puh der war knapp wer sucht denn da wieder wie bescheuert wer sucht denn da wieder wie bescheuert alters jetzt hat sich papa ne halbe bier verdient Vielen Dank.